Ja, muss jetzt was ziehen, bitte. Und Keydraw will ich heute auseinanderficken, Jungs, das hab ich mir ganz fest vorgenommen. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. 170er? Dann ist das das, oder? Das ist es, Boys. Wir machen crazy, Boys. Muss gönnen. Diesmal muss gönnen. Agus, sehen wir alle was? So sehen wir ein bisschen was, oder? Ja, sowas gut. Leise Chat-Konzentration. Ich zieh wieder am meisten, wie immer. Nice. Und denkt bitte dran, Jungs, in... Äh, ist schon wieder am meisten, okay. Ah, na klar, na klar, na klar. Äh, in 6 Minuten roben wir das giveaway. Okay, Botby Banator ist an mir dran, das ist gut. Dürfte jetzt drüber sein, oder? Ah. Komm schon bitte, Hit im Big Hit. Er hat Vulcan. Hat er die Vulcan? Ja, vielen Dank. Ja, 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 ja. Leise Chat-Konzentration, bitte. 10 Dollar-Difference. Ah, nochmal? Höh! I'm here, 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 I'm here. Botby Banator, bitte zieh, was du kleiner Be... Genau so, Baby. Okay, Jungs, 80 Dollar. Komm schon, ich will den Juice. Please. Oh, oh. Zieh. Ich hab einfach von dir diese 2000 gehittet, bitte. Oder diese 2K. Dürfte mehr sein als ich, oder? Vom... Nice. Nein. Bruh. Tch. Puh. ich bin gefickt er muss jetzt was ziehen bitte ich hoffe ich hoffe ich hätte ich hätte irgendwas dickes über 1k wobei wir können den ab ich bin dumm ich mache einfach auf die wir müssen das auf jeden fall gewinnen leise chat das ist das wichtigste ist also erst mal gewinnen und dann probiere ich mal über den upgrader auf diese slingshots oder so in ft und dann können wir ja mal gucken wenn das dann hier auch nicht geht dann ist irgendwas dauern und immer funktion nicht jetzt rdk dankeschön für die drei monate geist krank ist echt bruder dankeschön die ist echt krass aber irgendwie das sieht gerade überhaupt nicht gut aus ich habe nicht ein hit da ist das schlecht wo der fack ich ziehe nur scheiße 300 down boys das ist zum beispiel schon mal ein guter pull oh nein er hat mich gefickt boys er hat mich auseinander genommen wobei warte mal warte mal vielleicht so gott das wäre so krass come on besser oder oh mein gott er hat mich gefickt oder er hat mich gefickt digga scheiße man digga hat das wieder gepaid ich kotze gleich junge 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 ich hab nur AP bro jetzt auf side ich habe mich gefickt oder was ist daran zu komplizieren ich hoffe dieses battle werde ich schippen digga okay man oh mein gott ich habe aber das battle gewonnen man eine rampe er hat nur gesagt er ist scheiße müde er hat nicht gesagt dass er geht ich frage ist hit ich das oder gehe ich einfach so raus ich glaube ich gehe damit raus ich habe ein sehr schlechtes gefühl vergesst nicht code bieber für 10% ein zahlungsbonus ihr habt 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 ihr habt